Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Name ist Werner Frank, ich bin 73 Jahre alt, von Beruf Maschinenbauingenieur und verheiratet. Ich wohne seit circa 30 Jahren im Ortsteil Wörsdorf, Mitglied der FWG, bin ich seit etwa 15 Jahren. Seit zwei Jahren arbeite ich aktiv in der FWG mit und ich möchte auch weiterhin aktiv in der FWG mitwirken, die kommenden Veränderungen mitzugestalten. Besonders am Herzen liegen mir die Umsetzung klimafreundlicher Wärme- und Stromerzeugung. Ebenso sind wir die kommenden Höchstspannungsleitungen in Dorn im Auge. Zudem brauchen wir kluge Überlegungen für künftige Radwege in Itzsteiner Land und auch in Wörsdorf, den zweitgrößten Ortsteil, brauchen wir dringend Ausweichmöglichkeiten für Wohnraumgestaltung. Wenn Sie mich unterstützen wollen, dann geben Sie mir bitte im März 2021 Ihre Stimme.